So, willkommen Freunde. Es geht weiter. Wir befinden uns jetzt im Part 5 und schauen mal, ob wir das Ganze heute Morgen abschließen können. Ich weiß ja nicht, wie weit das noch geht. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir schon viel weiter sind und das Game fast zu Ende ist, aber habe ich mich wohl etwas getäuscht. Aber ist ja auch mal schön zu sehen, wenn ein Game, sage ich mal, nicht gleich vorbei ist und viel mehr Spielzeit hat, als man dachte. Schon so spät? Tut mir leid, ich war so konzentriert auf meine Arbeit. Ich weiß, es war ein langer Tag. Hey, heute Morgen habe ich ein Buch gekauft. Ich bringe dich jetzt ins Bett und lese dir vor. Ja, prima. Ja, schön, der Kerl. Klar ist es noch im anderen Zimmer. Warum gehst du nicht schnell rüber und holst es? Ich mache das nur hier fertig und dann geht's los, okay? Ist man ein Forscher, der auch das Ergebnis haben möchte, aber ich finde, das geht noch schlimmer. Steigt sie da durch? Ne, ich glaube nicht. Also, wo ist jetzt dieses Buch? Schluss damit, Aiden. Das ist nicht witzig. Vermute mal hier geradeaus, oder? Ne. Achtung. Ja, ist schon krass, ey, was die für eine Ängste ausstehen muss, wenn ihr so einen Dämon an deiner Seite hast. Ich habe immer gedacht, am Anfang, wer hilft ihr? Alter. Hier sieht aber auch Geister und Dämonen und... schon übel. Aha, du hast es gefunden. Dann steht einer schönen Gute-Nacht-Geschichte ja überhaupt nichts mehr im Wege. Ich würde sagen, die sieht Dinge, die übel sind. Nathan Darkins. Ach, ihre Mutter hatte wahrscheinlich einen Unfall. Das hatte sie gesehen. Nathan? Nathan, was hast du? Was ist deine Frau, ist das? Und meine Tochter, sie kam gerade von meiner Mutter. Dirk. Aber dann hat sie die beiden tot gesehen. Auf der falschen Fahrbahnseite. Nämlich. Nämlich. Sie sind tot. Ähm. Jodie, du gehst jetzt ins Bett. Mason, du bleibst hier. Bin gleich wieder da. Komm mit, Jodie. Krass. Vorhin habe ich immer noch gedacht, die kann nur Geister sehen, aber... Die kann anscheinend auch, äh... Ja, noch viel mehr sehen. Letztendlich wollten die beiden sich wahrscheinlich von ihm verabschieden. Deswegen waren die da in der Nähe und sie hat die gesehen. Die Missionen, da bin ich ja mal gespannt. Jamal Shahi Sharif, einer der gefährlichsten Warlords des gesamten Landes. Er kommandiert eine bewaffnete Miliz und kontrolliert damit viele wichtige Bereiche der Stadt. Das heißt, dass humanitäre Hilfe nicht durchkommt. Du musst Jamal finden und eliminieren. Er wechselt den Standort zweimal täglich. Sein letzter bekannter Standort war das Zenaki Hotel, und das ist hier. Er wird wohl nicht mehr dort sein, aber irgendwo musst du mit deiner Suche ja anfangen. Du bist auf dich allein gestellt. Kein direkter Kontakt mit dem Feind, keine Verstärkung. Du identifizierst und eliminierst das Ziel und aktivierst dein GPS-Signal, damit wir dich holen können, ja? Du musst vor Sonnenaufgang da raus sein, also halt dich ran. Das kann ja was werden. Den letzten Army-Soldaten, der erwischt wurde, zogen sie in einem Jeep durch die Stadt. Man fand seinen Kopf und ein Bein in einem Fischerboot. Nicht zu empfehlen. Ich bin zurück, bevor sie überhaupt merken, was passiert ist. Ja, da hoffe ich doch mal rum, dass wir es schaffen. Alter, die schwimmt da rüber. Krass. Okay, als Elite-Kämpferin ist sie ja auch da mit ausgebildet, also von daher. Ja, das wird ja schon klappen. Oh, da hat schon mal einer versucht hinzukommen. Kein direkter Kontakt mit dem Feind, keine Verstärkung. Sieh nach, dass da keine Soldaten sind eigentlich. Sind das Soldaten? Ja, das sind Soldaten. Würde ich auch erledigen? Ne. Kommt jetzt hier an. Oh, hier, komm mal. Hier geht's auch noch hin. Da können wir auch noch lang. Alles klar. Wollte ich auch sagen, wir gehen lieber hier lang. Mal weiter schaffen. Ich will den überwältigen. Würde ich das auch mit Item machen, den zu überwältigen. Warum geht das nicht? Warte. Ah, warte. Nee. Ich will den Hunger erledigen. Ich will den nicht rein. Ach, hier. Alles klar. Ja, das ging ja doch noch relativ einfach. Wer schläft jetzt? Ich kann mich aber aus der Deckung hier nicht lösen, irgendwie. Ein bisschen merkwürdig. Ah, shit. Ah, ich blöde, Mann. Übersicht ist natürlich jetzt hier ja nicht so toll. Dass hier halt so komisch läuft. Alles klar, danke, Aiden. Sein letzter bekannter Standort war das Senaki Hotel. Das ist hier. Warte, da ist ein Bonus. Oh, sie haben mal einen Bonus beigeschaltet. Na, hurra. Na, das ist schon mal prima. Ich hab jetzt gedacht, dass Aiden irgendwas machen muss. Über den Typen krallen wir uns mal. Na, das ist schon mal. Du so, siehst du. Du bist so, ich bin von der Flüge. Ich bin der Flüge. Du bist so, ich bin nicht von der Flüge. Du bist ein Füßig für uns. Ich weiß es. Die Flüge weiß man, was du hierherst. Nein, ich habe es, dass ich von der Flüge bin. Ich bin der Flüge. Ich bin der Flüge. Hör, die Flüge. Okay, die haben sich beide erschossen. Einmal er ihn und dann er sich selber. Okay. Ich frage, wie wir da jetzt reinkommen. Da brennt es überall. Ziemlich zerstört das Ganze hier. Ziemlich zerstört das Ganze hier. Ja, ich würde sagen, was da von über ist. Ich glaube, wir können da oben... Sie sind weg. Okay. Was sie empfindet, was sie entdeckt. Ich glaube, sie ist besser. Ja, jetzt haben wir es. Das ist die Kathedrale, okay. Alles klar, dann haben wir auch... Ich würde auch wieder einen manipulieren oder beeinflussen. Das geht nicht. Hier, Leiter hoch. Sollte klappen. Aber knapp. Wir schießen da die Gaseln. Das darf mich aber nicht erschrecken. Das darf mich aber nicht erschrecken. Das darf mich aber nicht erschrecken. Das darf ich hier irgendwo lang, ne? Da muss ich nicht mal in die Richtung gehen. Das darf ich nicht schrecken. Ich kann da... Ich kann da... Also... Das darf ich... ... mach das nicht haben. auch noch da war ich wahrscheinlich zu risikofreudig aber wir haben es gepackt so will er hier lang jetzt wird er weg sein wir können mal versuchen ob er die kerle da beeinflussen können scheiße ah man wir haben es versemmelt ok aber vielleicht fangen wir ja woanders an naja wir haben es versucht alles andere war wahrscheinlich nur noch bonus und luxus wenn wir uns wieder nur mit eiden befreien jetzt soll die leistung eiden nehmen wir mal die glasscherbe und schneiden uns die fesseln auf scheiße ich bin noch ein trottel komm mal hey a gedrückt halten Okay, den haben wir auch placken. Krass, was ich für eine Ausbildung hatte. Okay, da sind wir jetzt auch viel näher dran. Ein wenig muss jetzt sitzen. Die Kathedrale. Von wo aus habe ich sie in meiner Vision gesehen? Halt, da haben wir auch einen Super. Sie waren hier. Oh, da war noch was. Da lag noch irgendwas am Boden. Ein Stück weiter nach oben mit dem Cursor. Ah, ich hasse das. Na, komm, komm, komm. So, welche Daten einfangen wir? Guck mal. Tiefer. Oh, das muss ich gehen. Jetzt kannst du die Informationen aufsaugen. Alles voller Blut. Ich weiß gar nicht, wie viel Oxide auch braucht bei den Informationen. Das ist ein Stück weiter hoch. So, ein Stück. Ich weiß, was ihr sagt. Also, ihr findet halt immer wieder Stadtort. Also, muss der Start dann sogar vorprogrammiert gewesen sein. Ich weiß, was ihr sagt. Halt, Halt, Halt! Es gibt genug Elite-Soldaten, die das wahrscheinlich machen würden. Ich dachte, dass es hier weiter geht oder so. Gibt es noch Informationen? Das musste reichen. Es dauert halt nur länger, wenn es nicht richtig... Jetzt vielleicht... Es ist echt blöd zu steuern, weil man rechts einen Knüppel hat, der irgendwie ablenkt. Jetzt noch mal den anderen. Das kommt schon. Der andere kann gar nicht beeinflussen. Das geht dann ja. Können wir nach oben? Das ist ein Mist. Wir kriegen das jetzt nicht hin. Wir müssen jetzt das Problem. Ist noch ein Stück nach oben? Noch ein Stück? Das müsste jetzt reichen. Jetzt hat sie die Information, die sie bekommen. Okay, hier geht's nicht weiter. Ich denke mal, wir müssen hier wieder zurück. Nee, der muss noch raus. Nee, hinter Leichen verstecken ist aber schlecht mit der Haltung. Das bringt uns nicht weiter. Wir müssen noch mal hier rein. Wir müssen noch mal hier rein. Okay, scheint hier irgendeine verletzt zu sein. Ach, ein kleiner Junge. Ach du Scheiße. Der hat eine Beinverletzung. Ich vermute mal, da kann ich mit Aiden irgendwas machen. Ja? Er braucht Hilfe. Ich muss etwas tun. Er hat viel Blut verloren. Er stirbt, wenn ich ihm nicht helfe. Sonst muss es wehtun. Das haben wir ja schon mal gemacht, dass wir jemanden geheilt haben. Ich verstehe nicht, aber ich glaube, er meint, das ist ja ein Wunder. Tut mir leid, ich verstehe kein Wort. Dein Name ist Salim. Salim. Cool. Jodie. Ähm. Joe. Jodie. Jodie? Ja. Ja, Jodie. 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 Oh, sssst. Ich glaube, wir kriegen Gesellschaft. Ach, der ist so. Was ist das? Scheiße. Die fehlen mir jetzt auch noch. Mal. Jodie. Oh, das war das, P 열언. Der ist so! Ich bin also da! Ich bin auch, Jen. Ich bin. Das ist so! Der ist so! Ich bin ja! ob wir jetzt ein ob wir irgendwas machen können zuverlässig ist ja Aiden auch immer nicht das hat mal geklappt den haben wir auch erschlagen das muss jetzt klappen ok dann haben wir das auch gelöst heilige scheiße der wird ja keiner kommen sehen leck mich an der Tasche heilig ah siehst du einmal falsch einmal den falschen Knopf gedrückt dann warst du das schon wieder sehr gut mal gut dass ich selber geholfen hatte ich hätte ihr wahrscheinlich helfen können die Sonne geht auf jetzt wird es schwer hier nicht entdeckt zu werden der Turm sieht doch aus wie in ihren Visionen das muss ich jetzt hin das muss ich jetzt hin das muss ich jetzt hin mal ein dicker Panzer mal gut dass der abhaut da hätte ich keine Chance gehabt wir schaffen das bis jetzt sind wir ja ganz gut durchgekommen Alter du Hubschrauber war laut eben ich finde es gut dass sie dich abdruckt aber wenn der kleine schon so vorläuft die 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 das glaube ich wieder eine Aufgabe für einen Können wir hier noch weiter gucken oder Ne, irgendwie Der kann auch nichts machen Eins muss den Kleinen ja lassen Der wurde noch bis jetzt Okay, wir haben ihn gerettet Der wurde einmal getroffen Aber er scheint sich echt Das Gelände gut auszukennen Keine Chance Wir müssen direkt durch Bleib bei mir, okay? Schnell, helf mir! Blase zu bilden, ja Ja, genau Der Schutz, damit sie nicht getroffen wird Oh, hat geklappt Okay, kletter hoch Salim Das war aber knapp, ey Die hätten mich ja auch treffen können Alter Falter, ja, da geht's ganz schön ab Das sind die Zivilisten, die machen ja nichts Alter, kann man sich gar nicht vorstellen Dass ein kleiner Junge in so einem Kriegsgebiet aufwächst Das muss so schrecklich sein Du hast ja keine Kindheit mehr Ja, genau, du erfißt das Ihr wisst habt, eh, selbst Du hast gewonnen, wirst du immer Det, ihr wisst Es hat sich verdient Echt? Hat sich verdient? Ich bin nicht falsch, wenn du hast du, was Ich habe mich auf den allen Das sind die Umwelten Ich komme Es will nicht Das ist Ich danke von Wie Wie so hier ist der fahrer eine üble szene ich vermute mal dass sie dann das auto nimmt das wird er selber weg aber wir können hinten drauf wahrscheinlich ganz ruhig vielleicht kommen wir unbemerkt hier durch ich denke mal wir bleiben lieber in deckung der nächste grenzposten das wird immer heikel ein ein Jetzt tritt hier noch ein Stück runter da, ne? Nur Ausweichmanöver momentan. Ja, endlich. So muss das sein. Und der nächste, bitte. Alter, die können aber die Schwerkraft ganz schön austricksen. Okay, den haben wir auch. Alter, haben wir Glück gehabt, ey. Mann, 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 Mann. Da nicht die Mauer gewesen wäre, ne Vestos gewesen. Okay, das ist vorbestimmt, da können wir nichts machen. Wir sind sicher. Alles okay, Salim? Hät sie verstanden, das ist krass. Sie sprechen die Sprache nicht, aber wenn sie fragt, wie geht's ihr, ja, ja. Jetzt müssen wir getrennte Wege gehen. Na ja. Kleine Regiefehler an der Stelle. Ich muss gehen. Verstehst du, Salim? Tut mir leid, aber du kannst nicht mitkommen. Und das versteht er? Du bist sehr tapfer, Salim. Und irgendwann ist das alles hier vorbei. Und du kannst einfach wieder ein Kind sein. Okay, er kann sie vielleicht auch verstehen, sprich die Sprache nicht. Das kann natürlich auch sein. Aber ich finde es schon ein bisschen merkwürdig. Er hat alles eins zu eins verstanden, was hier gesagt wird. Und ich hoffe, wir treffen auf keine Wachen. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Okay, wir kommen da jetzt rüber. Oder rum. Ach so. Und sie vielleicht hier... ...dich zwischenquetschen. Ja gut, der stand aber auch ein bisschen dämlich, muss ich sagen. Da. Jamal ist hier. Okay, such einen Platz beim Haus, wo ich mich verstecken kann. Du weißt, was du tun musst. Jetzt schalten wir den Bonus frei, bevor wir uns um ihn kümmern. Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Nein, Eif. Man darf uns nicht bemerken. Ja, da musst du eine Art Herzinfarkt kriegen. Aber jetzt bin ich schon wieder ein zu weit oben. So, ich kann ihn genau sehen, aber ich kann nichts machen. Ja, wieder nett. Ich bin schon wieder ein zu weit oben. Ich bin schon wieder ein zu weit oben. Salim. Scheiße, was macht er hier? Wenn er draußen bleibt, sollte es gut gehen. Okay, sehr gut. Er erledigt ihn, ja? Schade, es hat nicht geklappt. Naja, versuch was wert. Wir haben hier eine Waffe, eine ganz große. Wollen wir den Typen hier nicht erledigen. Wir haben hier, wir haben hier. Wir haben hier, ich bin hier. N ticket Lunar. amerika hat dafür da ist er noch gar nicht hier im afghan hat durch die lade weil er möchte jetzt hier irgendwie eine waffe das ist immer noch zu erledigen aber hier was für von allen voraus wir können was kochen aber wir sind ja nicht bei den sims Wir sind ja nur reingekommen, weil wir keine Waffe haben. Wenn ich mit Waffe reingehen möchte, dann klappt das doch wieder nicht. Von hier aus könnte man ihn auch erschießen, theoretisch, wenn man eine Waffe hat. Okay, das Gebiet ist nicht groß, also müssen wir eine Waffe suchen. Mit dem Typen, können wir den nicht überwältigen, oder was machen? Nee. Ich hätte ja damit gerechnet, dass wir die Wachen da wegschießen können. Nee, das ist auch nicht der Fall. Okay. Alle sind Waffen. Okay. Das ist klar, dann weiß ich Bescheid. Müsste ich ja eigentlich nur ins Gebäude und dann irgendwie links. Ich frag mich halt nur, warum ich den Raum übersehen habe. Das ist klar, ich muss es tun. Befehl ist Befehl. Der Kerl erflucht an den Händen, er verdient den Tod. Komm schon, ich schaff das. Ich kann ihn töten. Ich kann ihn töten. Mach die Tür für mich auf. Ich brauch Hinweise für Jamals Tod. Schnell! Alter, das ist natürlich ein Massaker gewesen. Oh, der hätte ich auch gekotzt. Ganz ehrlich. Boah. Ich hab mir schon überlegt. Wie sie das machen möchte. Gerade in Bezug auf... Ja, dass sie irgendwelche Beweise mitnimmt. Ich dachte irgendwie, sie schneidet ihnen ein Haar locker ab oder so. Wie den Abprober. Aber scheiße, das war ja ein Vater von ihm. Oder sein Vater. Er ist dein Vater? Da sieht man mal wieder, wie ungerecht Krieg ist. Man, man, man. Können wir ihn da nicht retten oder so? Ja, da würde ich genauso reagieren, wenn einer meinen Vater erschießt. Oh, verdammt. Fuck, wir müssen weg von hier. Hä? Oh, der fällt da. Dass mich hier wieder wundert, warum Aiden hier nicht eingreift. Ja, die ist ja kaum noch zu gebrauchen, was Laufen angeht. Also, ich glaube, das soll wieder so sein. Komm schon, ich bring dich hier raus. Heftige Szene in dem Spiel, muss ich sagen. Zeigt natürlich ganz klar, wie scheiße Krieg ist. Menschen mit Freund und Feind zu unterscheiden oder aufzuteilen, ist unzudemlich. Zehn Jahre in der CIA, aber das habe ich noch nie erlebt. Der Boss schickt seinen privaten Helikopter, um einen Agenten abzuholen. Alle Oberbosse schwärmen von dir, Jodie. Und von Aiden natürlich. Er feiert sich, aber... Jodie, alles klar? ... da gibt es nichts zu feiern, was sie durchgemacht hat. Warte, das mit dem kleinen Jungen irgendwie, das raffte er ja gar nicht, was sie da gesehen hat. Ich glaube, ich hätte eher zum Sekt gegriffen. Also, die sind eine Pille mit dem Sekt, ja? Wie geht es dein Bein? Besser, wenn das Schmerzmittel wirkt. Ja. 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 Und die internationale Gemeinschaft hatte eben angekündigt, die offiziellen Wahlergebnisse anzuerkennen für den neuen Präsidenten Jamal Shahi Sharif. Jamal Shahi Sharif, einer der gefährlichsten Warlords des gesamten Landes. Und nun gibt es neue Berichte, dass er und alle Regierungsvertreter einem Attentat erlagen. Offensichtlich verübten Unbekannte den Anschlag. Muss Jamal finden und eliminieren. Hoffnung bestand, dass der neu anerkannte Präsident Jamal Sharif in der Lage sein würde, die Konflikte zu beenden, unter denen das Land seit Jahren leidet. Ist man total platt. Viele Regierungschefs brachten hier Entsetzen zum Ausdruck. Dieser Anschlag war offenbar nicht weniger als eine kaltblütige Exekution. Muss Jamal finden und eliminieren. Du hast mich angelogen. Wovon redest du da? Jamal war kein Warlord. Er war der Präsident. Er war der demokratisch gewählte Präsident. Und der Punkt? Die machen Politik, wir folgen anordnen. Du wusstest, ich hätte ihn nicht ermordet? Also hast du mich angelogen. Willkommen bei der CIA, Jodie. Das ist kein Kaffeekränzchen, falls du es nicht bemerkt hast. Wir hatten einen Job zu tun, der ist erledigt. Alter, ist das so ein Arschloch, ey. Vielleicht nur ein verfluchter Job für dich. Okay, aber ich bringe nicht irgendwelche Leute um, weil irgendwer ein verfickter Scheißgeneral mir das befiehlt. Was ist das? Ich glaube, Iden greift gerade an. Jodie, wer willst du? Komm runter, okay? Wenn wir zu Hause sind, reden wir über alles, okay? Ich bin manipuliert. Du benutzt mich für deine Drecksarbeit. Welchen Unterschied macht das schon, Jodie? Der war schon ein Totemann, mit deiner oder ohne deine Hände. Ich hab Blut an meinen Händen. Ein Kind hat keinen Vater mehr wegen mir. Weil ich dir vertraut habe. Weil ich geglaubt hab, dass wir das Richtige tun. Was bin ich für dich, Ryan? Ein Spielzeug? Eine verfluchte Puppe, mit der du machen kannst, was immer du willst. Wir kriegen massive Turbulenz. Fuck! Ich kann, ich kann nicht steuern. Hast du mich damals in meinem Apartment auch belogen? Jodie, um Gottes Willen, du bringst uns nach oben. Niemand wird mich je wieder belügen, Ryan. Jodie! Fuck! Ja, das werde ich an ihrer Stelle auch gemacht. Nathan Dawkins. Sie haben gelogen. Damit ich für sie morde. Jodie, was ist denn passiert? Ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht. Ich hab nur Befehle ausgeführt. Wo bist du jetzt? Es geht bei dir. Ich hab ja vorhin, äh, schon in den letzten Teilen, die ich aufgenommen habe, gesagt, dass in ihr unheimlich viel Menschlichkeit steckt. Es ist vorbei, Nathan. Obwohl sie von so vielen Menschen enttäuscht wurde, oder auch diesen Dämon da entsichert. Du sagst ihm, wenn sie nach mir suchen werden, bring ich sie um. Jodie, hörst du dich. Sag's ihnen, Nathan. Das ist mein Ernst. Das ist für den Moment erstmal richtig fertig. Aber die Zeitsprünge finde ich sehr interessant, wie das Ganze hin und her geht. Ähm, wenn ich überlege, wir waren schon in der Wüste und haben irgendwelche Geister bekämpft. Und ich hab echt gedacht so, naja, ähm, das war's jetzt. Na, jetzt kommt alte Freunde. Das dürfte es gar nicht mehr so lange dauern, bis wir komplett durch sind. Ah, jetzt kommt wieder das Wüstengebiet. Oder? Ne. Ach. Der Typ war auch cool. Er war auch in Ordnung. Jodie, meine kleine Prinzessin. Oh. Oh, lass mich dich ansehen, kleine... Oh mein Gott, was für eine wunderschöne junge Frau steht da jetzt vor mir. Genauso bezaubernd wie immer. Voller Sorgen. Und verloren. Wie bei unserer ersten Begegnung. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich dich vermisst hab. Und? Wie geht's, Aiden? Oh ja. Schön, dich zu sehen, Bruder. Kommst du mit? Oh ja. Ich war besorgt. Ich hab echt gedacht, dass wir... Ich musste weglaufen. ...nach dem Wüstengebiet oder so. Ich hatte keine Wahl. Weiß jemand von meinem Anruf? Nein. Natürlich nicht. Nicht mal Nathan. Wär ja schön blöd, wenn ich mich mit einer gesuchten Verräterin erwischen lass. Und du? Woran arbeitest du? Ich bin Chef einer Laborgruppe. Wir klassifizieren Typen von Existenzen, suchen verschiedene Spezies. Sowas in der Art. Es hat keine hohe Priorität, aber ich kann tun, was ich will. Tja. Gab es einen Durchbruch bei der Infrawelt? Oh, da stecken Millionen im Bau des neuen Kondensators. Der mächtigste, der je gebaut wurde. Natürlich war das erst möglich, als die Armee mit ins Boot kam. Was ich dir erzählt hab. Hast du was rausgefunden? Am Tag deiner Geburt bekam eine Nora Gray ein Kind im DPA Krankenhaus. Angeblich war es eine Totgeburt. Was weißt du sonst noch über Nora? Nicht viel. Ich weiß nur, dass sie bei einem DPA Forschungsprogramm mitgemacht hat, vor etwa 20 Jahren. Auch sie war begabt. Und der Vater? Weißt du, ob es über ihn irgendwas gibt? Sein Name war Jonathan Nichols. Er starb vor der Geburt. Herzversagen. Mehr weiß ich nicht. Wo ist Nora jetzt? Sie wurde eingewiesen. In eine psychiatrische Anstalt. Und zwar direkt nach der Geburt. Laut ihrem Profil müsste sie immer noch dort sein. Verständlich. Meine Mutter ist in einer Klapsmühle seit 24 Jahren? Ich meine, warum? Was war los? Es stand leider nicht in der Akte. Es tut mir so leid. Ja, man hat ihr das Kind weggenommen. Ich meine... Ich muss sie sehen. Jodie, ich weiß genau, was du fühlst, aber... Sie ist in einer psychiatrischen Anstalt. Du bekommst vielleicht nicht die Antworten, die du gerne willst. Ich suche nicht nach Antworten. Ich will sie einfach sehen. Ich meine, verstehst du nicht? Sie ist meine Mutter. Wenn ich ihr gegenüberstehe, sehe ich vielleicht, wer ich wirklich bin. Jodie... Das ist eine Hochsicherheits-DPA-Einrichtung. Und du wirst gesucht. Von jeder einzelnen Strafverfolgungsbehörde des Landes. Die werden dich da nicht einfach so reinlassen. Nichts wird mich davon abhalten, sie zu sehen. Das wird wahrscheinlich hier jetzt noch meine schwerste Aufgabe. Du hast sehr viel riskiert, um mir zu helfen. Danke, Cole. Du glaubst doch nicht etwa, dass ich dich da ganz allein gehen lasse. Oh, das ist aber fair. Ich sag doch, der Typ war in Ordnung. Oder ist in Ordnung. Ich weiß echt nicht, Jodie. Keine Wache am Tor. Kein Mensch parkt hier. Und das stimmt hier nicht. Wenn ich in einer halben Stunde nicht wieder da bin, fahr einfach. Hey, ich warte doch jetzt nicht dem Wagen. Cole, Cole, warte! Ich vermute mal, die werden die da eingekerkert haben. Und dann war's das. Also, die Anstalt existiert in dem Sinne gar nicht. Das wird's nicht offiziell. Das ist eine Töchlichkeit. Das funktioniert immer. Hi. Ähm, ich möchte zu Nora Gray. Kann ich erst Ihre Erlaubnis sehen? Können Sie mir helfen? Hören Sie, sie ist meine Mutter. Und ich hab sie nicht gesehen, seit... Tut mir leid. Alle Besucher brauchen den korrekten Erlaubnisschein. Oh, dann geht's halt nur so. Okay, dann holen wir da unsere Mutter raus. Oder besser gesagt, besuchen Sie. So weit, so gut. Was jetzt? Aiden, öffne irgendwie diese Tür. Kann ich die denn nicht zerstören? Kameras im Heimer. Ist das gut? Aiden, hinter dir! Ich hab hier's alten Specher gewonnen, hab ich das Gefühl. Was ist das? Mist, du musst zuerst die Wache ablenken. Security? Ja, hallo? Oh, ja, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Oh, geil, sie schaltet Iden ein. Ich schalte ihn aus. Aber nix mehr. Hier ist ein Schalter, aber den kann ich nicht betätigen. Ah, eine Kamera. So, die haben wir auch. Aus. Er ist zu weit weg. Wir können die erst nach oben drücken und dann nach unten ziehen und dann... Ich glaube, wir müssen den nochmal ablenken. Wie jetzt aber. Genau, der kann uns jetzt mal die Tür öffnen. Das ist die Karte. Die brauchen wir auf jeden Fall. Ah, scheiße. Die Geisteskracke machen mir Angst. Finden wir Zimmer 43 und dann weg hier. 43, dann gehen wir mal hier rüber, weil meistens ist es nicht der gerade Weg. Ja, hier ist schon 44. Ich bin schon mal gespannt. Doch, komm. Alter, die haben die nur ruhig gestellt mit Medikamenten. Frau Sammel. Mom, ich bin's. Wäre echt Ähnlichkeit mit dir, finde ich. Warte, ich bin's. Mom Jodie. Hat sie ihren... Doch, sie hat ihren Namen gegeben, ne? Ich bin deine Tochter. Ich bin deine Tochter. Ich bin deine Tochter. Ah, sie hat ja auch schon die Fähigkeiten. Die Mutter und der Vater, beide sind begabt. Ist Ihnen denn eigentlich bewusst, wie bedeutend das Baby ist? Das wird nicht möglich sein, oder? Lassen Sie uns doch alles regeln. Es ist das Beste, Sie wissen das. Aber, aber sie ist mein Baby. Bring sie mir. Ich hab's mir überlegt. Ich will mein Baby. Bitte, ich will sie sehen. Heftig, heftig. Bitte, bitte, lass mich zu ihr. Ich würde sagen, wir müssen jetzt hier Geräte ja mal abschalten. Es tut mir leid. Es war meine Schuld. Sie kann ja nix dazu, aber Kinder geben sich ja immer die Schuld, wenn's um sowas geht. Was, Aiden? Was willst du mir zeigen? Zerstör das Ding, Aiden. Zerstör es, jetzt! Jetzt! So, jetzt nochmal nach oben drücken. Joypad und dann nach unten drücken. Jetzt ist er ganz frei. Meine kleine... Meine Tochter! Eigentlich krank, ne? Weil... Ich kann sagen, es... Kann nur ein geistiger Zustand sein, weil sie sieht hier ja nicht... Da kann ja so mit dir nicht reden. Ich hatte solche Angst. Ich würde dich nie wiedersehen. So, sie kann durch sie durchfassen und sie kann sich... Ich hab mich so vermisst. Ich hab mich so vermisst. Kann ihr aber die Wange streicheln. Das ist ein bisschen komisch, aber okay. Was ist passiert? Krasse Geschichte. Was haben sie mir angetan? Die Drogen, die ich bekam, hielten mich in dieser Hölle fest. Ich kann nichts dagegen tun. Warte nur auf das Ende. Ich werde dich hier rausholen. Ich werde dir helfen. Das geht nicht, Jodie. Es ist zu spät. Ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt. Nichts wird das je engern. Schade. Ich dachte irgendwie, das ändert ein bisschen anders. Sie wird ja irgendwie vollgepumpt mit irgendwas, damit sie ja Bewusstsein nicht mehr hat. Ich geh mal kurz hier beiseite, weil... Ich geh mal kurz hier beiseite, weil... Hat er sie jetzt befreit oder umgebracht? Umgebracht, okay. Aber warum macht Aiden das? Vielleicht... Vielleicht... Vielleicht wollte sie das. Oh man, er ist ein trauriges Ende. Ich habe ihn schon gesagt. Es tut mir leid. Das war hart. Oh. Tut mir leid, Jodie. Hat er sie jetzt angeschissen oder was? Verfiffen? Alter, das ist ein Drecksack. Und ich sag die ganze Zeit, der ist total in Ordnung. Untertitelung des ZDF, 2020 Na, die kenne ich auch. Die Briefbeschwerer. Wenn man schüttelt, schneit es. Ja, ja. Wo ist sie denn hier? Muss mal einen Mal gucken. Ach, sie ist in einem alten Labor. Oh, er wieder. Das sind die Tafel, ist auf jeden Fall von dem Professor. Gucken wir mal, ob die Tür aufgeht. Ja, geht sogar. Ach, die ist in der alten Forschungsanrichtung wieder. Oder in der neuen, wie man es nimmt. Der Kondensator mit der größten Kapazität, die es gibt, beeindruckend, nicht? Nathan! Jodie, schön, dich zu sehen. Und wenn er ihr was Gutes tun wollte, warum hat er sie gar nicht abgeholt und sie dann mit dem Gewehr beträubt? Und, wie geht's dir? Ähm, ging schon besser. Der Schlag auf den Kopf war schmerzhaft. Äh, ich hab ihnen gesagt, sie sollten dir nicht wehtun. Aber sie wollten sich auch nicht mit Eiden anlegen. Wo ist Cole? Er ist daheim. Es ist alles okay. Okay, dann hat er sie doch nicht angeschissen, wie ich dachte. Nora. Nora war labil. Sie hatte Angst, sie war eine Gefahr für sich selber und das Baby. Meine Mutter hätte mir nichts getan. Das Risiko war ihnen zu groß. Und ich war nur ein Forscher bei der DPA, Jodie. Ich hab erst viel später erfahren, was da passiert ist. Warum hast du mir nichts erzählt über meine Mutter? Warum hast du alles verheimlicht all die Jahre? Ich hab ja versucht, dir zu sagen. Aber wie sagt man einem Kind, dass sein Leben nicht real ist? Also, hab ich für dich gesorgt, dich lieb gehabt, hab dich beschützt mit allem, was ich hatte. Und jetzt was? Du übergibst mich einfach an die CIA. Ist das der Plan, Nathan? Sie haben dich hierher gebracht, weil sie etwas für dich zu tun haben und sie wären dir sehr dankbar, wenn du es tun würdest. Du willst von mir, dass ich denen helfe, die mich töten wollten? Jetzt kann man ruhig mal wütend sein. Das wollen wir im Geld schon lange nicht. Jodie. Warum sollte ich dir zuhören? Du arbeitest für die. Und du hast mich angelogen über meine Mutter, über meine Eltern. Und wofür? Das Geld oder die Macht oder den Ruhm? Hör auf damit. Du weißt, dass das nicht stimmt. Nein, ich weiß bald gar nichts mehr. Wir wissen, dass ein anderes Land die Infrawelt entdeckt hat. Sie glauben, man könnte sie kontrollieren und manipulieren. Die haben keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Wenn diese Existenzen in die Welt kämen, weißt du, was das bedeutet, Jodie? Was hat das alles mit mir zu tun? Du kennst die Infrawelt besser als irgendwer. Das ist ein CIA-Job. Und damit bin ich durch. Sie bieten dir einen Deal an. Wenn du das für sie machst, dann bist du raus und frei. Ja, das klingt fair. Okay. Dann hoffen wir mal, dass wir das nicht vergeigen. Einsatzbesprechung, okay. Das ist die Provinz Felhanyang. Offensichtlich weiß Karzistan inzwischen von der Existenz der Infrawelt. Es gibt eine Kluft. Und sie führen Experimente in einer Geheimbasis durch. Ihr Standort ist die Provinz Felhanyang. Wir wissen nicht, wie weit sie mit ihren Experimenten sind, aber wir registrieren erhebliche Fluktuationen innerhalb der Infrawelt. Das bedeutet, sie sind fähig, mit der anderen Seite zu interagieren. Zu ihrer Mission. Zerstören Sie den Kondensator und jede hochentwickelte Technologie. Selbst wenn wir den Kondensator zerstören, ist die Kluft immer noch da. Der Bau eines Kondensators ist teuer und zeitaufwendig. Mit dieser Operation gewinnen wir Zeit zur besseren Erforschung der Infrawelt und bewirken so, dass niemand sie gegen uns einsetzen kann. Ich vermute, die Anlage wird streng bewacht. Ja, sie erwartet erheblicher militärischer Widerstand. Ihr Team wird... Da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Hol sie rein, Mahler. Hey, Baby. Na, kennst du uns noch? Claytons Team geht mit Ihnen, als kleine agile Kommandoeinheit, die man nicht so leicht entdecken wird. Die Mission wird in zwei Tagen beginnen. Viel Glück. Danke. Werde ich gebrauchen. Pass gut auf, Judy. Niemand weiß, was dich erwartet auf der anderen Seite. Keine Sorge. So schnell kriegen die mich in der Infrawelt nicht. Gut. Ich will dich nicht verlieren. So richtig trauen würde ich dem auch nicht mehr. Der hat ja auch irgendwie nur für seine Macht und für die CIA irgendwie uns verraten und verkauft. Schön, dich zu sehen. Und kalt. Für das Missionsziel halte ich einen davon ab, dich zu töten. Aber ich kann es nicht versprechen. Tja. Das lief hier wirklich großartig. Kann man wohl so sagen. Ach du Scheiße, das ging aber schnell vorbei. Ich finde das sehr ermöden. Wenn Sie nicht mit uns kooperieren, habe ich keine Wahl, als Sie zu töten. Natürlich töte ich Sie auf jeden Fall. Aber es hätte kurz und schmerzlos werden können. Aber stattdessen wird es leider ein ganz, ganz langsamer und qualvoller Tod. Also ich frage Sie nun ein letztes Mal. Wer hat Sie geschickt? Eidon. Wo bist du? Der Schneetarn hatte auch schon was Geiles. Es ist alles komplett verlassen. Sind wir hier richtig? Wir sind ganz genau bei den Koordinaten. Der Schneesturm wird noch stärker. Was machen wir jetzt? Jodie, sag Aiden, er soll uns einen Unterschlupf suchen. Verstanden, Aiden? Da ist ein Haus dort hinten. Ich seh's. Dann los. Jetzt dürfen wir hier noch Ski fahren. Beste Leben. Der Aiden war da auf jeden Fall fixer unterwegs. Weil das nenn ich mal richtigen Winter. Shit! Diese verdammte Saukälte! Was sollen wir denn hier? Das ist ein gottverlassenes Fischerdorf. Der Informant leimt uns. Das ist passiert. Wir müssen in Bewegung bleiben. Sonst können sie unserer toten Ersche herauszerren. Drei Tage. Wandern durchs Eis. Wir essen Schnee. Für nichts. Fuck! Was für ein Arschloch hat uns hierher geschickt. Hey! Ich bin's echt leid mit eurem ständigen Gejammer. Wenn's sonst nichts ist, dann haltet gefällig euer Maul. Hey Jungs, ich friere. Vielleicht machen wir zuerst ein Feuer und streiten dann weiter. Das wäre mal eine Maßnahme. Wir werden hierbleiben, bis der Sturm vorbeigezogen ist. Ich kontaktiere die Zentrale wegen Anweisung. Okay, die machen jetzt hier Feuer. Und was ist denn meine Mission? Alter, das nenn ich immer mal Sturm, ey. Oder wie am Nordpol. Verdammt! Das Zeug ist zu nass! Uns muss was einfallen. Sonst erfrehen wir heute Nacht. Da! Hey, du verdammtes Genie! Gib mir fünf, Vince! Siehst du das, Jogi? Kartoffeln! Ja, ja. Aber es soll uns ja egal sein, ob's das wird warm. Ja, ja, ja. So aus wie C4-Strengstoff. Ich muss kurz raus. Ich muss dringend pinkeln. Geh nicht so weit, ey. Es sind minus 40 Grad. Ich mach da draußen keinen Stadtrundgang. Was man pinkeln wird, ist aber auch nicht einfach bei minus 40 Grad. Alter, ist das an Wetter, ey. Fuck. Fuck, 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 fuck. Ich erfriere hier. Das mit den Schneeraumfahrzeugen oder Schneeraumfahrzeugen. Und dann, ähm, das kann ich nachvollziehen, dass die da langfahren wegen dem Militär. Alles gut. Was ich aber komisch finde, die haben ja im Haus, sag ich mal, Feuer gemacht und es qualmt. Dass das niemandem aufgefallen ist. Sie sind hier. Ich hab sie gesehen. Wo? Auf der Hauptstraße. Ein Konvoi-Panzerwagen direkt an mir vorbei. Wurdest du gesehen? Nein. Nein, ich glaub nicht. Und los. Los, dranbleiben. Die können sich noch nie mal aufwärmen, ey. Das ist so die Hölle. Bingo. Das ist hier vor schon gestartet worden. Schauen Sie nach, was drin ist. Soldaten. Sie laden Kisten ein. In U-Boote. U-Boote? Du meinst, die Kluft ist? Sie ist unter Wasser. Ich meine, sie müssen eine Basis da unten haben und sie nutzen die U-Boote für den Transport. Wie viele Soldaten? Ich seh da drei. Lass Aiden alle ausschalten. Aiden? Kümmer dich darum. Jawohl, mein Schatz. Machen wir doch. Das ist hier. Wie viele Soldaten? Wie viele Soldaten? Ich vermute er wird der Nächste sein. Zwei haben wir schon, wir brauchen drei. Mal ob hier noch einer drin ist. Wir machen das Tor aus sehr gut. Ja, das hätte ich auch gedacht. So, was machen wir jetzt? Wir fahren mit dem U-Boot da runter. Okay. Okay, was genau soll das hier werden? Ich meine, was wir dann sonst machen? Will er da runter tauchen, oder? Aber das wird nicht sehr lange funktionieren. Tja, also, vielleicht nicht. Aber diese verdammte Kluft wird sich nicht von alleine schließen, oder? Okay. Klappt vielleicht, von Weitem. Und dann was? Wir nehmen das U-Boot zur Basis. Und dann sehen wir weiter. Ich geh mit ihr. Was ist mit uns? Zwei sind. Ihr bleibt hier und sucht einen Fluchtweg. Sobald wir zurückkommen, müssten wir wahrscheinlich schnellstens hier verschwinden. Aber... Das ist ein Befehl, Nick. Na. Mit seinen großen blauen Augen fällt da gar nicht auf, dass er kein Schnelles ist. Naja. Hier ist doch klar, dass wir vielleicht nicht lebend zurückkommen, ja? Ja, das war mir völlig klar. So, dann holen wir mal. Geh tiefer. Die Basis ist nicht mehr weit. Ach du Scheiße, jetzt muss man sogar noch ein Boot fahren hier. Aber es macht man nicht alles. Die Sicht ist mies. Es ist schwer mit der Peilung. Aber man ist sicher mal an die Lichter orientiert, geht das sogar. Sagte er und überfuhr sich. Okay, dreh um. Hier draußen ist nichts. Was ist denn da unten? Was ist denn da unten? Dann kommen wir von da. Ich habe echt gedacht, das wäre ein bisschen einfacher hier. Ist da nicht auch eine Höhle? Okay, dreh um. Hier draußen ist nichts. Ich glaube, wir müssen noch tiefer runter. Also. Das ist ein Fahrrad. Warte, das ist ja schlimm Ah, wir haben es gefunden Stimmt ja später Was mich wundert, dass wir in so einem Hochsicherheitstrakt keine Kameras hatten In dem Hangar Ich bin beeindruckt Nur wenige halten das so lange durch Aber vielleicht sind Sie kooperativer, wenn Ihr Kamerad leidet Meine Fragen sind simpel Ich will zuerst Ihren Namen Für wen Sie arbeiten Und woher wissen Sie von der Existenz der Basis Natürlich will ich auch wissen, was draußen beim Eindämmungsfeld passiert ist Sag nichts, halt den Mund Mein Name ist Holmes Jody, nein Jody Holmes Agent 894-732 Ich bin bei der CIA Die CIA weiß also von unseren Experimenten Und was ist mit der Existenz, die das Eindämmungsfeld gefangen hat? Wir sind verbunden Ich wurde so geboren Faszinierend Die Amerikaner wissen also tatsächlich auch von diesem Phänomen Ich muss meine Vorgesetzten informieren Ich werde schon bald zurückkehren und dann werden wir Uns weiter unterhalten Na wenigstens ist er jetzt weg und ich hoffe, dass Aiden uns befreien kann Ach, die springen immer hin und her in der Geschichte Das ist jetzt ein bisschen komisch Weil das ist ja ein interaktives Spiel Aber wenn das alles schon vorprogrammiert wird, wie es endet, dass wir da reingehen Dann bin ich ja nicht mehr interaktiv Kann ich es ja gar nicht mehr manipulieren oder beeinflussen Jodie, du darfst nicht zu nah an sie rankommen Wir können nicht nur warten Komm mit Was? Aber Sei still und folg mir Gott, das geht Jetzt zum Kondensator, bevor sie merken, dass das nicht stimmt Ich hoffe, dass der Kondensator hier ist Dann ist es wohl doch die Tür geradeaus hinten, die rote Schon faszinierend Schon faszinierend Oder ist es der hier? Wird auch hier der Kondensator sein Nee Okay, dann wirklich geradeaus die rote Tür So einfach hätte es mir gar nicht vorgestellt Die Tür da drüben Das muss der Weg sein Das ist zu einfach, da ist was faul Jodie, 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 was ist denn los? Jodie, Jodie, was ist denn los? Okay, wenn sie sich damit befassen, dann ist auch klar, dass die da eine Sperre haben, dass da nichts passieren kann Dann muss sie Umwege finden, Alternativen Und dann ist es Oh, ihr werdet? Gucken wir mal, ob er hier reinkommt. Guck mal, das sind die grünen. Was wir aber brauchen, ist wahrscheinlich die orange in der Tür. Zwei, die hier. Aiden, ich brauch dich. Okay. Ich hab dich. Ich bin zu dir. Ich habe dich. Ich habe dich. Was das passiert? Ich weiß. Ich bin zu dir. Ich bin zu dir. Bei den Typen? Ah, den können wir auch manipulieren. Den können wir umbringen. Okay, prima. Zu dem anderen nur hinterher. Ich hoffe, den wird nicht schwindelig. So auch, wie wir ihn hier manipulieren. So, jetzt können wir die Waffe nehmen. So, da war auch eine Waffe abgebildet. Wo bist du, Aiden? Ja, ich bin ja schon unterwegs. So müssen wir erstmal den Weg hier freikämpfen. Hier. Ja, sehr gut gemacht. Jetzt können wir uns die Waffe schnappen. So. Jetzt können wir die erledigen. Und wenn wir die erledigt haben, dann können wir dieses Schutzschild da ausschalten. Jetzt müssen wir mal überlegen, wo ich überhaupt rein musste. Und auch die Betten. War gut, dass wir das mal mit einer Symbolik versehen haben. Eigentlich nicht. Ich habe keine Möglichkeit. Irgendwo muss doch jetzt hier die Tür sein, wo wir das Ganze abschalten können. Alles klar. Aiden kann jetzt durch. Aiden ist da. 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 Ist auch noch eine Verletzung. Aiden. Du bist hier. Sehr gut. Schnell. Hol mich hier raus. Aiden ist da. Ich muss erst Ryan für mich. Ryan, bist du da? Was ist denn hier? Brenn sie! Schnell! Alles okay? Dass wir das wirklich wissen... Kannst du laufen? Ja, ja, ist klar. Geh zu den U-Booten, warte auf mich. Wenn ich in 15 Minuten nicht da bin, geh ohne mich. Was soll das? Jodie, das war's. Die Basis ist zerstört. Los, verschwinden wir, solange es noch geht. Die Kluft steht weit offen. Die Existenzen kommen da massenhaft raus, wenn das so bleibt. Nein, es ist zu spät, Jodie. Wir müssen weg. Ich muss es tun. Du weißt das. Der Sprengstoff. Ich brauche den Sprengstoff aus dem Verhörraum. Der Sprengstoff. Ich brauche den Sprengstoff aus dem Verhörraum. Weißt du ja noch nicht mal, wo der Sprengstoff ist? Ich brauche den Sprengstoff aus dem Verhörraum. Okay, jetzt muss ich... ah doch dann rennen wir mal hier raus wir können hier nichts machen mit eiden oder das ist das ist das ist das ist Hier Hier kommen wir rein Das war's für heute. Okay, wir haben auch keine Möglichkeit hier irgendwie die Scheibe zu sprengen oder so. Ich bin ein bisschen überfragt gerade. Aber das haben wir gleich. Ich kann ja auch mal ein bisschen weiter nach unten gucken, sonst guckt man immer wie ganz normal zur Seite. Die Typen hier irgendwie untersucht. Ah, warte mal. Taucheranzug. Nicht schlecht. Jetzt ab ins Wasser, würde ich sagen. Scheiße, ich hab echt Angst. Nicht weit weg gehen. Verständlich. Alles Pechschwarz. Dem Ding muss es doch Licht geben. Ruhig bleiben, Alten. Alter, heftig ey. Das ist so düster hier. Ich würde mal, wir müssen einfach nur geradeaus. Besser gesagt, ich hoffe es. Die läuft sich aber echt, das läuft sich ja richtig behäbig. Da kommt was raus. Jetzt können wir das haben wie die Luft sprengen oder so. Doppel. 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 Die Orientierung finde ich ein bisschen schwierig. Waren wir denn jetzt hier schon? Ja, da wird nichts mehr angezeigt. Okay, wir müssen auch rüber zu dem nächsten. Jetzt haben wir hier auch noch einen. Da sind drei Stück. Zwei haben wir schon. Dann gehen wir mal zu dem hier links rüber. Dann wieder links. Nummer eins, da waren wir schon. Wir müssen uns mal gucken. Es müssten ja überall Zahlen draufstehen. Wenn das die eins war, dann müsste irgendwo hier die zwei oder so sein. Das D3, okay. Aber der D3 haben wir schon, ne? Ja, okay. Dann müssen wir jetzt schon zwei da den Sprengstoff ablegen. All die Bewegungen sind echt so lästig hier. So langsam. Aber okay. Hört einfach dazu. Das Spiel soll ja auch ein bisschen aufreibend sein. Mit dem Wasser geht man halt nicht schneller. Ja. Ah, das ist sie. Gut, drei Minuten. Nichts wie weg. Okay. Von hier sind wir gekommen. Aber verschaffen. Danke, das war's. Er ist alles scheinbar, wenn wir es nicht gewinnen. Oh, mach. Ach, mach. Der ist gut, mach. Nein, nein. Oh, mach. Ach, mach! Mach! Ach! Ach! gleich haben wir es geschafft aber ob das wieder unter wasser bleibt ist die frage die welt jemals gesehen hat verstört nur wegen dir du dämliches amerikanisches misst ich falsch ausgewichen das ist das ist es ist es ist Oh! Put down your top! Just do this! Der Typ ist aber echt lästig. Alter. Ich hab uns abgewehrt. Auf der anderen Seite. Alter, war das unser Glück, ey. Ich hoffe wir schaffen's. Was ist raus hier? Ich hab so viel geschafft. Was ist raus? Was ist raus? Was ist raus? Ich hab's raus. Ich hab's raus. Ich hab's raus. Ich hab's raus. Ja, wir brauchen das U-Boot. Oh, sehr gut. Ich dachte schon, er schafft das nicht. Hast du gedacht, ich lass dich hier, ne? Was ist passiert? Was ist passiert? Die Schockwelle hat den Antrieb zerstört. Wir haben ein Leck. Wir werden ertrinken. Die Oberfläche ist nicht weit. Vielleicht schaffen wir es lebend bis hoch. Ja. Gibt noch einen vernünftigen Plan. Alter, der Druck auf den Ohren, ey. So schlimm sein. Okay, aber wir haben es geschafft. Oh, alter Schwede. Bei der Kälte. Und er ist ja auch nur ein Unterhemd. Das ist ja bei minus 40 Grad draußen. Das muss ja die Todeskälte sein. Das überlebt doch kein Mensch. Bei minus 40 Grad würde er da nicht so sitzen. Ich würde auch sagen, in der Situation hat man andere Sorgen. Weißt du, ich hab dir, hab dir das nie gesagt. Aber ich liebe dich, Jodie. Ich hoffe, da kommt jetzt gleich ein Hubschrauber von der Armee. Also, was ist mit dir? Wie liebst du mich denn auch? Ja, komm, ja. Ja. Ja, ich liebe dich, mein... In guten und in schlechten Zeiten. So heißt es so meistens. Küss mich. Ja, die müssen bei der Kälte in Bewegung bleiben. Ich glaube, nur Unterschlupf suchen oder so. Ja, an der Seite. Bestimmt war der Kälter. Jetzt wird es ein bisschen realistischer. Oder die werden wieder gerettet. Alter, sie wurden wirklich gerettet. Unglaublich. Spuk, okay. Aber wir versuchen es morgen nochmal, okay? Jetzt wird geschlafen. Immer dasselbe Ritual, ne? Links umdrehen, rechts umdrehen. Gleich müssen wir A drücken. Nee, doch nicht. Das war die Tochter von eben, ja. Hier, sich seinen engsten Stellen, ist gar nicht so verkehrt. Moment, hergehen. Das Gefühl, sie will ihr irgendwas zeigen. Okay, sie ist da. Ist sie wieder da hinten? Ja, okay. Das ist nichtça13. Dann lassen Sie mehr oder mehr? Linh? Nein, nein. Ich bin stress, dass wir nicht mehr da sind. pouco rocksam. Das ist bald. Ja, ja. Ah, okay. Jodie. Was willst du hier? Es ist spät. Geh wieder ins Bett. Ich kann mich ein bisschen trösten. Jetzt sehen wir wieder die Erinnerungen, die wir steuern müssen. Aber es tat nicht weh. Hör auf damit, Jodie. Es tat gar nicht weh. Hast du mich verstanden? Hör sofort auf damit. Wir sind hier, Nathan. Wir sind an deiner Seite. Helen. Laura. Wir lieben dich, Schatz. Wir werden dich für immer lieben. Rede doch bitte mit mir. Jodie. Bring sie zu mir. Mach, dass sie mit mir reden. Ich kann nicht. Sie sind weg. Bitte. Geht nicht weg. Geht nicht weg. Oh, harte Situation. Die beiden fehlen mir. War auch krass, ne? Sie hat das am Anfang gesehen und hatte bei den ersten Erscheinungen Angst, dass die ihr was tun. Und klar, hätte ich mich auch erschreckt, wenn jemand so blutend als Geist vor mir steht. Aber im Endeffekt, ja, wollten die ja nichts böses. Sondern ihm nur noch mal mitteilen, dass sie immer bei ihm sind. Betasonne. So, für YouTube machen wir jetzt hier nochmal kurz Schluss mit der Aufnahme. Sondern? Ja. Ja.